Was geht ab meine lieben Freunde? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Zeltas oder einfach nur Marc und was zum Teufel ist hier wieder los meine Freunde? Was zum Teufel hat Blizzard mit dem Auktionshaus angestellt? Ich meine, eigentlich sollte heute ein komplett anderes Video kommen, aber ich habe dann gestern bzw. so vorgestern Abend mal ein bisschen ins Wow Economy Forum bei Reddit reingeschnuppert und da ist mir ein ziemlich interessanter Thread aufgefallen. Da ging es darum, dass man anscheinend Fleisch nicht mehr aus dem Auktionshaus rauskaufen kann und im ersten Moment hat sich das so seltsam absurd für mich angehört, dass ich gestern mich erstmal selbst überzeugen musste und schaut euch diese Preise an. Was zum Teufel ist mit dem Auktionshaus passiert? Alle Preise von den Fleischen aus Shadowlands sind ins Bodenlose gefallen und wenn ihr jetzt zum Auktionshaus geht zur Zeit und versucht da mal ein bisschen was Fleisch zu kaufen, dann wird euch genau das hier auffallen und zwar sind die Fleischsorten irgendwie doppelt gelistet und das eine ist komplett billig und nix wert und man kann es anscheinend nicht kaufen? What the fuck? Ganz ehrlich meine Freunde, zum Glück betrifft es zur Zeit einfach nur das Fleisch, aber... Halt, Stopp! Meine Freunde, hier ist Marc aus der Post Production oder wie auch immer man das hier nennen mag. Der Bug wurde gefixt, kurz nachdem ich im Prinzip mein Video angefangen habe zu schneiden. Die Preise haben sich zum Glück wieder reguliert. Es ist alles wieder beim Alten. Ganz davon abgesehen, dass es halt jetzt gefixt ist, schaut euch bitte das Video an. Denn in dem Video geht es jetzt nicht unbedingt um den Bug hier direkt, sondern um die Message dahinter. Und das, was jetzt hier nach diesem kleinen Einschieber kommt, zählt trotzdem und ist meiner Meinung nach ziemlich wichtig. Deswegen bleibt dran, schaut euch das Video an und haut dann am Ende bitte mal unten in die Kommentare, was ihr überhaupt über diese ganze Sache denkt. Das habe ich voll vergessen zu erwähnen und das ist ziemlich wichtig. Ich möchte auf jeden Fall mal eure Meinung dazu wissen, weil holy moly, what the fuck ist da passiert? Ich glaube, jetzt ganz davon abgesehen, dass das jetzt mal ein Bug ist, der wahrscheinlich bald behoben wird, sollte es uns wirklich zu denken geben. Irgendwas stimmt überhaupt nicht mit dem Auktionshaus. Es ist ja seit dem Update schon öfters mal vorgekommen, dass es gebuggt ist, aber in der Art und Weise noch nie. Und vor allem so, wie es jetzt darauf reagiert, wie man Sachen kaufen will und sowas, das scheint irgendwie ziemlich tief im Auktionshaus selbst drin zu sitzen, das Problem. Weil, ganz ehrlich, wäre das mal eben so fixbar, dann würde es das nicht schon seit zwei, beziehungsweise so fast drei Tagen existieren. In Bezug darauf möchte ich jetzt hier vor allem zwei Punkte mal ansprechen. Einerseits, ich drücke jedem von euch die Daumen, dass er genau zu dem Zeitpunkt am Auktionshaus steht, wo man dieses Fleisch wieder kaufen kann. Weil ohne Quatsch, wenn ihr genau zum richtigen Zeitpunkt da seid und das Fleisch nix wert ist, man es aber dann kaufen kann. Leute, ihr werdet für ein paar tausend Gold tausende von diesem Fleisch kaufen können. Und das, dadurch, dass der Preis sich wieder erholen wird, das ist unvorstellbarer Gewinn. Deswegen, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr genau zum richtigen Zeitpunkt da seid. Ich hoffe natürlich, dass ich da vielleicht auch noch was wegschnappen kann, aber wie gesagt, das ist halt der Punkt 1 und Punkt 2 ist mein Problem mit dem Auktionshaus selbst. Ich finde es sehr bedenklich, wirklich sehr bedenklich, dass so ein Bug entstehen kann. Mitten in einem Add-on, anscheinend komplett unabhängig von irgendwelchen Patches und einfach so. Hier seht ihr, wie fragil die Wirtschaft in WoW sein kann. Stellt euch mal vor, ihr spezialisiert euch nur aufs Fleischfarm, dumpt euren Stuff da rein und plötzlich droppt der Preis so krass. Eure komplette Arbeit fürs ganze Gold-Making könnte einfach futsch sein, weil Blizzard irgendwas im Auktionshaus verkackt. Meiner Meinung nach, wie gesagt, eine sehr bedenkliche Entwicklung, Situation und das müssen wir definitiv beobachten. Einerseits, um halt selbst vielleicht daraus Gold zu machen, andererseits, um zu gucken, dass Blizzard da nicht vielleicht komplett scheißgerade mit dem Auktionshaus baut. Es ist natürlich unvorstellbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Freunde, jetzt mal kurz so ein paar Sätze Real Talk. Ich zock WoW jetzt schon seit Ende Cataclysm. Und so ein Bug ist mir noch nie vor die Linse gekommen. Ich habe so einen Bug noch nie gesehen. Wirklich, das ist jetzt 100% Real Talk. Ich rede gerade hier mit euch und schaue mir gerade noch mal parallel dazu die Preise auf The Unamind Journal an. Und alter Schwede, da ist halt sowas wie das schattenhafte Rippchen auf 50 Silber pro Stück gedroppt. Das ist komplett verrückt. Überlegt mal, was passieren könnte, wenn das mal eine Nische im Auktionshaus betrifft, die vielleicht ein bisschen beliebter ist. Transmog oder Flasks, Pots. Stellt euch mal vor, man kann keine Pots erstmal aufkaufen oder Flasks. Und nicht nur, dass dann deren Preis sinken wird, weil man das halt nicht kaufen kann und man sich immer weiter unterbietet und unterbietet und unterbietet. Es würde dann auch direkt gleichzeitig zum Beispiel die Kräuterpreise drücken, weil man eben nichts mehr mit denen anstellen kann, mit den Kräutern. Und das würde krasse Konsequenzen haben. Also ich bin wirklich, einerseits wirklich fasziniert von dem Bug, der da gerade passiert ist. Und andererseits auch so ein bisschen angeekelt und vor allem, ja nicht verängstigt, aber es ist schon ein bisschen Respekt einflößend, wenn ich so überlege, dass ich sogar vor ein paar Tagen noch die Idee hatte, vielleicht mal so richtig ein bisschen in das Fleischgeschäft rein zu grinden. Weil das mit seinen früheren Preisen doch recht profitabel war. Da, meine Freunde, müssen wir echt mal ein Auge drauf halten. Und ja, das war es auch schon. Wie gesagt, heute sollte eigentlich ein komplett anderes Video kommen, aber das muss jetzt einfach mal raus. Vielen Dank, meine Freunde, auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und subscribe, auch wenn ihr noch nicht subscribed habt, das übliche Zeug. Folgt mir auch auf Social Media und vor allem auf twitch.tv slash z- das Gaming für Livestreams und so weiter und so fort. Die Links für das alles sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Und vor allem wieder vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, was auch immer, meine Freunde. Tschüss und haut da rein.